Alles schön, alles was so altmodisch ist, ist hier alles so modern, das ist so richtig cool. Das macht so richtig Spaß, das macht richtig Spaß, dieses Parkour-Teil hier. Mal einmal hier hingucken. Dennoch hört sich das immer noch so anders aus, ob hier irgendwo was ist. Mal hier nicht hin? Also da. Wir sind gleich sowas von tot. Ja, Vorratskiste aber mehr nicht. Ja, und das ist, das, das finde ich, äh, nee. 30, 15, 6, 15, 0. Wirklich 0? Ja. Da ist nochmal, wir werden hier gerade so zugemüllt mit, mit Rohstoffen. Oh, ich kann das nicht rausholen. Ähm, da geht's weiter. Boah, jetzt ein Lagerfeuer. Ja, oder irgendwas ähnliches. Nicht? Das Ganze nochmal. Ich will da jetzt nicht reden. Ich hoffe, hier ist ein Speicherpunkt. Nein. Ein Feuerbrüllrücken ist klar. Was ist denn das? Das ist das hier, ne? Kann man ja versuchen. Schrei jetzt nicht, äh, Leute. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können. Ich gucke dir jetzt mal zu, was da passiert. Okay, Leute. Ich glaube... Nicht gut. Gut, die sind weg. Kann ich den angreifen? Natürlich nicht. Ach Gott, jetzt sag nicht, ich muss da runter. Habe ich doch richtig erkannt. Das ist seine Schwäche, ne? Das heißt... Nein! 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 Dumm! Das ist mir wie eine eiskalte Arena. Fair enough. Nein! Ich sprach nicht. Nein! Nein! Ich trach nicht! Das war's. Und ein Backup hier, der hier. Was ist das? Kann ich die herstellen? Aber natürlich. Das ist doch schon mal gut. Uh. Feuerspule. Super. Ich hab grad keine Ahnung, wo ich hin muss. Nochmal. Muss ich die jetzt alle befreien? Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas ankasse. Alter. Ich echt jetzt? Das war's. Tolle Wurst. Sieht ihr denn wenigstens tot hier? So, damit und damit. Das heißt also, im Endeffekt kann ich jetzt hier einmal drumherum alle meine Farben waffeln, äh, fallen. So werden also Maschinen gemacht. Sie werden aus Licht gesponnen. Okay, ähm, sechs Stück und ich kann ja sowieso noch. Oh. 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 Ja, ist er gut. Dann lasse ich den da da. Oh, Mann. So, ich gehe jetzt einmal hier rum. Ich sammle jetzt erstmal alles an, was ich irgendwie hier einsammeln kann. Okay, da hinten ist ja dieses Feuerteil. Okay. Ich gehe jetzt einmal rum. Dann machen wir ein paar Vorbereitungen. Also, vor jedem dieser Dinger möchte ich gerne Fallen haben. So, und dahin. Nummer eins. Das gibt mir mich schon mal mit einem kleinen Zeitbonus. Nummer zwei. Dann bauen wir noch ein paar Fallen hier überall hin. So, das sieht gut aus. Okay, gut. Das sind jetzt hier die Fallen. Nummer uno. Dann setzen wir jetzt hier überall noch. Aber zumindest weiß ich jetzt, wo ich ihn mal rauskomme. Ich glaube, der funktioniert nicht, aber das ist nicht ganz so tragisch. Das ist nicht schlimm hier. So. Wie gesagt. Einmal rum. Nochmal rum. Uiuiuiuiuiui. So. Dann hätten wir nämlich das hier auf. Hopp. Jetzt machen wir Querstremen. Ich weiß, ist viel zu aufwendig, aber ist mir egal. So, hier machen wir eine noch hin. Und setzen die ungefähr nach da hin. Das sieht auch gut aus. Okay. Wie gesagt, das könnte jetzt natürlich sehr übertrieben sein. Aber, ich vermute einfach mal, dass mir das vielleicht etwas Zeit nimmt. Auf das da hin. Ah ne, das geht nicht. Okay, okay, okay. Aber, das geht nach da hin. Und das geht dorthin. Ich habe noch drei, die nutze ich aus. Funktioniert auch. Da kann nichts herkommen. Da war doch noch irgendwo hier. Hier. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe die Vermutung, dass das gar nicht mal so schlecht ist, diese Idee. Ich habe noch einen. Ich schaue mich noch mal um. Hier nichts. Habe ich hier einen vergessen? Tatsächlich. So, was ist das denn? Was ist das hier? Bringt mir vielleicht nichts, aber ist mir egal. Also, ich baue es einmal hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier. Hier. Scheiße, ich nicht mehr Fallen habe, ne? Können wir mal gucken, ob ich noch Fallen herstellen kann. Ich sollte noch mehr Fallen herstellen. Ich bin noch ein bisschen weiter. Ja, bleib locker. Ich hole die schon gleich raus. Easy. Einfach mal... Nee, hier. Und weil es so schön ist... Hier hin eine. Hier stelle ich sie hin. Ja. Weiß ich. Habe ich dir ja auch gerade gesagt, dass du es hier machen sollst. Na, da, 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 da. La, 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 la. Ich weiß. Es ist nicht spektakulär. Ich bin gleich gespannt, was gleich passiert, wenn das hier alles sich auslöst und so. So. Ähm. Herstellen. Und zwar Fallen. Schockfalle, Detonation, Sprengfalle. Gibt wieder mehr. Platz für Rohstoffe. Ich könnte die jetzt da natürlich auch nochmal hinstellen. Das ist klar. Aber ich hoffe einfach mal... Okay, das war es schon. Ähm. Gesundheitstränke. Gesundheit. Stärkungstrank. Genesungstrank. Was ist das hier? Ah, Feuerwiderstand. Schockwiderstand. Eiswiderstand. Den werde ich, glaube ich, von 75% Feuerscheibenwiderstand für 90 Sekunden. Diese Flüssigkeit aus dem Extrakt der Feuerbrennwurzel schützt für kürze Zeit gegen Feuereffekte. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir hier? Tragbares. Munition. Voll. Sehr schön. Nein. Dann nehme ich doch auch mal den hier gleich raus. So. Ähm. Wo habe ich denn die meisten? Eigentlich habe ich es überall hingewiesen. Aber ich glaube, das ist der da. Ist da einer oben? Entladungsmast. Ah, ich wollte ich den hier. Hier ist gut. Ach, wir werden jetzt sowas von Klick nicht wieder sterben. Einfach so. Cool wäre, wenn man nicht darüber springen könnte und dann da auch bleiben könnte. Aber das schafft er wahrscheinlich nicht. Okay. Wir haben den richtigen. Ja. Aber... Ich glaube, die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anfange. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ich habe 6. Also, mal gucken, was haben wir überhaupt hier? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay Schadenspul Das ist 6 22 Abrissspule 25 Schaden 6% Handabriss 15 Feuerspule 21 Feuerspule Soll ich den hier mal nehmen? Aber dafür minus 2 Was den da angeht Das ist dann Ach du hast schon 15% Du hast 6% Da könnte ich vielleicht noch was machen Dann habe ich hier 18 Oh guck mal Das wäre natürlich geil Aber das minus 1 Minus 1 Hier ist natürlich Plus Alles auf Plus Das ist bis jetzt der Beste Hier ist Minus Also damit habe ich am meisten Erfahrung Plus, 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 plus Machen wir auch so Ich dachte, das geht nicht Schockspule Minus, minus Boah, plus 16 Machen wir Hier haben wir noch gar kein Aber ich will erstmal hier Minus, plus, plus 7 Minus, minus Minus Okay, was ist hier mit? Das ist natürlich Handhabung Plus 3 Plus 2 Nur eine minus Die Handhabung ist natürlich dann Plus 22 da unten Natürlich Das ist auch geil Und hier habe ich gar nichts Aber das ist der Beste bis jetzt Nur die Handhabung ist der Beste Dann nehmen wir den hier So Jetzt kann ich dich ausrüsten Ja, ist egal Hauptsache, da ist was drin Outfit Modifikation 15 Schocks Zustand Plus 6 Feuer Plus 6 Hier ist natürlich plus 6 Feuer Erstmal Wäre natürlich auch nicht verkehrt So, das ist jetzt die Und das sind die Fallen Da habe ich eigentlich alles Volle Kanne Ah, fettes Fleisch Fehlt mir da Gut Tragekapazität Munition Aber Muss ich gleich eben aufsammeln Dann kann ich das Okay, gut Ja, das Problem ist Wahrscheinlich habe ich gerade eben Feuerschock Abrisshandhabung Hast du nicht gesehen So